Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend, heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar heute will ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnision und zwar habe ich hier wieder einmal 20 große Kisten mit Bergungsgut und ich hoffe, da kriegen wir das Zweihandschwert jetzt für den DK noch raus. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt durch und drücken wir mal hoffentlich die Saumen, dass wir einmal das fertig hier kriegen. Ja, das fängt schon mal nicht so gut an, wir haben ein Rüstungsupgrade drin und einmal dräneischer Staub. Dann haben wir beim zweiten nur Garnisionsressourcen. Übrigens, die Kisten kriegen wir über die Missionen in der Garni, wenn wir dieses Wiederherstellungsgebäude auf 3 haben. Also falls ihr die auch farmen wollt für T-Mock, dann könnt ihr das darüber machen. Dann machen wir mal, was haben wir da, nochmal Ressourcen, dann ein Rüstungsteil, noch ein Rüstungsteil. Ja, meine Anhänger kann ich zumindest ordentlich upgraden, ne? Ein paar Blumen sind auch noch dabei. Na komm, wo sind meine Gear-Items? Jetzt müssen wir mal zum Motzen anfangen, wenn nichts droppt. Noch mehr Blümchen. Das Ding ist, viel sind die halt alle nicht wert, ne? Ein bisschen über den Gold. Also klar, da summiert sich das natürlich dann mit der Masse. Ah, ich bin schon wieder am Cap mit den Ressourcen, oder? Weil ich denke, warum kriege ich denn keine mehr? Halt, stopp, bevor wir die letzten 5 Kisten aufmachen. Kaufen wir jetzt noch mehr Blümchen, hätte ich gesagt. Kaufen wir mal 500. Lass mal hier noch ein paar Ressourcen rauskriegen. Weil wenn du am Cap bist, dann kriegst du einfach gar nichts mehr aus der Kiste, ne? Also wenn nur Ressourcen drin wären. Dann haben wir nochmal ein Waffen-Upgrade. Auch immer ein Waffen-Upgrade. Ein Rüstungs-Upgrade-Item. Kommen zwei Kisten, haben wir noch. Ein bisschen Staub. Und die letzte Kiste. Uff, das war mal eine komplette Nullnummer. Ja gut, schade. Da war nichts drin. Dann sind wir tatsächlich jetzt an der Stelle schon wieder durch. Diesmal leider auch gar nichts. DK bringt mir leider kein Glück. Und ja, wenn ihr wollt, schaut euch gerne beim nächsten Opening wieder rein. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.